Die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel beginnt! Yeah! Ich freu mich riesig, denn zum allerersten Mal trafte ich nicht nur Frau. Wie alles begonnen hat? Ja, also den Wunsch nach männlichen Models hatte ich schon lange, aber irgendwie war nie der richtige Zeitpunkt. Und ich war gerade mit meinem Mann auf dem Weg in den Sommerurlaub. Da sah ich ihn. Niklas stammt plötzlich vor mir mit der Frage Champagner, Wasser oder Orangensaft. Und ich habe mir gedacht, ich will nichts davon. Sie hätte ich gerne. Und zwar als erstes Male Model in der Geschichte von Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, dass ich eine Sendung mache, die heißt Germany's Next Topmodel. Ja, klar. Ich mache dieses Jahr zum allerersten Mal... Männer? Ja. Und ich würde sie gerne casten. Dann stehst du da und denkst, hä? Was? Warum nicht? Echt jetzt? Super. Mein erstes männliches Model. Nein! Das Lustige ist, mein Mann hätte nichts mehr bekommen. Ich war immer der kleine Junge, der auf der Besucherterrasse stand. Und ich fand diese Faszination Fliegen immer toll. Es hat angefangen wie ein normaler Tag. Und am Ende rufe ich meinen Freund an und sage, ich hatte Heidi Klum an Bord. Und irgendwie bin ich jetzt bei Germany's Next Topmodel. Wie oft wir uns das Video angeschaut haben. Ich glaube, alle 100.000 Aufrufe sind von uns. Ungefähr. Es ging viral. Whatsapp, Instagram, Whatsapp, Instagram. Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten. Seitdem alle das Video gesehen haben und alle meinen, ey, wenn Heidi Klum sagt, du siehst hübsch aus, sagt man mir das ja auch, ne? Die so, ey, Niklas, dein Freund, der ist so hübsch. Und ich so, ach so. Ja, jetzt sehe ich es auch. Das ist krass. Vorher hatte ich das gar nicht gesagt. Hallo, dein Ernst? Mein Freund ist der Johann. Wir sind jetzt zusammen seit fast vier Jahren. Uiuiui. Oh Gott. So, Niklas. Johann, wo fliebst du denn heute hin? Wie habt ihr euch kennengelernt? Also ich wünschte, ich könnte sagen, es war aus einer Supermarktkasse und ich hatte so ein Netzmandarin und die sind runtergefallen. Und ich habe sie aufgehoben und er hat mir geholfen, haben sich unsere Hände berührt und haben uns angeguckt, haben uns verliebt. Aber ja, nee, es war online. Was soll ich sagen? Ich bin ganz zufrieden. Ja, danke für die lieben Worte auf jeden Fall. Gleichfalls. Gleich, Tito. Ich freue mich dieses Jahr auf euch alle. Und es gibt auch das ganz Besondere in der neuen Staffel. Es wird nicht nur eine Gewinnerin geben, was es zu sagen ist. Es wird zwei Gewinner geben. Ich freue mich erstmals auf eine Gewinnerin und einen Gewinner. Beide erhalten jeweils 100.000 Euro Preisgeld und bekommen ihren eigenen Titel auf der deutschen Harpers Bazaar. Noch nie hat es ein Mann auf das Cover des Modemagazins geschafft. Der Spruch, denn es kann nur eine Germany's Next Topmodel werden, stimmt ja nicht mehr ganz. Wir werden eine Siegerin und einen Sieger küren in der Staffel. Ja, aber deswegen kann ich immer noch sagen, nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Und dann, wenn die Männer vor mir stehen, kann ich sagen, nur eine wird Germany's Next Topmodel. Und das gab es noch nie zuvor. Zum allerersten Mal wird man einen Mann auf der deutschen Harpers Bazaar sehen. Und das ist ein mega Fortschritt auch. Ich finde das super toll. Ich glaube, es wird eine Riesenüberraschung für unsere Leserinnen, ein männliches Model zu sehen. Also wir werden ja beide Cover am Kiosk haben, sowohl weiblich als auch männlich. Und wir sind sehr gespannt, wie die Reaktion da ist. Und da freue ich mich super drauf. Und ich glaube, den Kandidaten werden auch die Augen aus dem Kopf fallen. Es kommt nicht nur einer weiter, es kommt zwei weiter. Und das sind wir. Und wir werden auch gewinnen. Ja. Ich möchte mich jetzt schon mal bedanken bei euch allen, dass ihr gekommen seid. Es wird ein extrem langer Tag werden heute. Deswegen habt ein bisschen Geduld, auch mit mir, denn ich möchte euch wirklich heute alle sehen. Vielen herzlichen Dank! Los geht's! Ja! Bis gleich! Okay! Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Gemmys Next Top Ball und hast keine Lust mehr irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Joan anzusehen.